Hallo, hallo! Wie haben Sie Ihre Klasse auf dem Cross-Loft trainiert? Intervalle, Intervalle, Intervalle. Du warst ja letztes Jahr beim Cross-Loft dabei, was möchtest du dieses Jahr besser machen als letztes? Auf jeden Fall durchhalten und Abisarolnoten machen. Sie haben das ganze Event hier organisiert und ich wollte fragen, ob das für Sie ein großer Aufwand war? Ja, wie gesagt, wir machen das eigentlich schon sehr viele Jahre und funktionieren tut es natürlich nur, weil wir als ganze Schule zusammenhelfen, also nicht nur die gesamten Turnlehrer, die wir in der Schule sind, sondern auch alle anderen Lehrer, die beteiligt sind und uns quasi bei Shuttle-Diensten von der Schule zur Schule zurück wieder helfen. Nur so funktioniert es, dass wir so einen Bewerb mit, glaube ich, fast 350 Schülern da bewegen können. Ja, wir haben viel in der Schule trainiert und die Trainierer auch daheim. Ja, wir haben viel in der Schule, aber wir haben viel in der Schule, aber wir haben viel in der Schule. Ja, ich habe gute Beziehungen zur Filmcrew, die schneiden es dann so, als wäre ich Erster. Ja, wir haben viel in der Schule, aber wir haben viel in der Schule. Vielen Dank.